Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Kalbsrücken-Orlof. Kalbsrücken-Orlof ist ein klassisches Rezept für einen besonderen Tag. Es dauert sehr lange, den Kalbrücken herzustellen und es ist auch nicht einfach. Dazu kommen eine Menge Zutaten, die verarbeitet werden wollen. Wer sich dennoch traut, wird mit einem besonderen Mahl belohnt. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Für den Braten 2,5 Kilogramm Kalbsrücken Salz Frisch gemahlener Pfeffer 50 Gramm Butter 20 Milliliter Wasser Bunt Suppengrün Für die Fas Butter 500 Gramm Zwiebeln 1,5 Kilogramm Champignons 500 Milliliter Sahne 500 Milliliter Milch Für den Teig 60 Gramm Butter 60 Gramm Mehl Typ 405 Muskat 4 L-flüssige Sahne 2 Esslöffel Schlagsahne 2 Eigelb 200 Gramm Mittelalter Gouda Für das Gemüse Kilogramm Tomaten Zähe Knoblauch Zähe Knoblauch Ein paar Stiele glatte Petersilie Prise Zucker 1 Kilogramm grüne Bohnen Folgende Utensilien werden benötigt Bräter Küchenpinsel Messer Schneidebrett 4 Pfannen Kochlöffel Käsereibe Schüssel Handrührgerät 2 Töpfe 1 Teelöffel Wiegemesser Zubereitung Der Braten Das Fleisch waschen, trocknen, mit Salz und Pfeffer würzen und mit Butter bestreichen Den Backofen auf 225 Grad Celsius vorheizen Das Fleisch in einen Bräter geben und in den Ofen schieben Den Kalbsrücken eine Stunde im Ofen braten Das Suppengrün waschen, trocknen, schälen und in Würfel schneiden Wasser angieben Das Suppengrün un den Bräter geben Noch einmal eine halbe Stunde braten Die Farce Die Champignons putzen, alle unschönen Teile wegschneiden, sehr klein schneiden und auspressen Butter in einer Pfanne erhitzen Die Champignons darin schmoren Die Sahne nach und nach dazugeben und alles etwas einkochen lassen Die Zwiebeln pellen und sehr fein würfeln Butter in einer Pfanne erhitzen, die Zwiebeln dazugeben und glasig dünsten Die Zwiebeln zu den Champignons geben und verrühren Der Teig 60 Gramm Butter in einer Pfanne erhitzen Das Mehl zu der Butter geben und eine helle Mehlschwitze herstellen Die Milch angießen und so lange verrühren, bis sich das Mehl ganz aufgelöst hat Eine Art Teig soll entstehen Den Teig mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken Den Gouda reiben 2 Esslöffel Schlagsahne herstellen 4 Esslöffel Sahne, Schlagsahne, Eigelbe und Gouda hinzugeben und so lange verrühren, bis sich alles verbunden hat und der Käse geschmolzen ist Die Schlagsahne hinzugeben und unterheben Fass, Teig und Braten 7 8 8 6 8 8 7 8 9 13 15 14